Und ich sehe das jetzt nicht so direkt als nachmache, wenn das jetzt von mir so bremst. Und ich finde es auch nicht im geringsten Stimmt, dass ich jetzt gleich die Musik abstehend bekomme. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Jetzt mal voll im Ernst, bitte. Dann weiter auf nach Budapel. Warum fallen die nicht alle rüber? Dürfen die das? Gut, es sind nur noch 6 Stunden, die wir fahren, mein Gott. Das ist doch ungefähr gleich wie eben, also es haben wir noch eine ganz kleine Stunde bestimmt jetzt. Ah, das ist doch nicht schön. So, dann fahren wir gleich ab Richtung Kroko. Oh, ich sage das immer so. Ich weiß leider nicht, wie das ausgesprochen wird. Tut mir leid, liebe Polen. Liebe Polen, ich bin mitbekommen zu starten. Ich will damit niemanden tunieren und ich kann leider eure Sprache nicht. Nicht nur auf der Autobahn? Was ist das denn? Vielleicht ist wieder Schnecken-Tempo-Fahrne. Was war nach hinten? Wenn ich jetzt mal ein ganz kurz gucken. Wann konnte man denn da reinfahren? Hm, naja. Cool. Oh, Maka. Janu. Du kannst. Und, hä, wo ist denn? Ja, ganz ehrlich. Dann fahre ich jetzt hier durchaus gut, ey, ganz ehrlich. Ich wollte nur, dass hier nichts passiert, wenn ich nur Unfall vor uns hab. War klar, ey, ganz ehrlich. Ja, ganz ehrlich. Ja, das ist doch so, ganz ehrlich, ey. Ganz ehrlich waren. Ne, das war ganz ehrlich. Wir fahren jetzt hier mit 90. Hoffen wir, dass wir noch ein bisschen Zeit rausschlagen können, weil ich hab keinen Bock, die Straße jetzt zu bekommen für die... für dieses komische Ruheding, wo man ja auch nicht hier so die Zeit einhalten muss. Und triff an die Straße. Holla, 15 Euro. Nee, das kann man nicht tun. Ach ja, oh. Wir fahren ja auch schon mit 30 Stunden. Und heute... mehr sogar. Und für euch ist jetzt die... 1, 2... Hat jetzt die vierte Folge angefangen. Meines Erachtens. Ist doch auch nicht schlimm. Warum auch nicht. So. 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 So heisst. Woh! Kassel, Kassel! Kassel, Kassel! Kassel, Kassel, Kassel! Das ist doch echt Hammer! Geil! Ein bisschen die falsche Tue, mein Gott! So! Woh! 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 Sollten wir gleich dann mal ne kleine Reparatur anlegen, wenn wir dann endlich da sind. Was jetzt mittlerweile um ein bisschen zu spät ist als anfangs, also wir haben ja schon ein bisschen so ne schlecht gefahren sag ich mal. Aber damit kann man auch leben. Besser als für spätes zu sein. Wir haben einen Puffer von 10 Stunden, ne von 3 Stunden. Das ist von einem halben ist da gar nichts. Yeah I'm ready. Ein bisschen langweilig hat man hier echt zu machen, das ist mir echt krass. Wo sieht es sich? Ja dann fahren wir bergauf sieht sich. Eieieiei. Ich fang jetzt mal raus, wenn wir mal Elber nicht richtig hören, wieder zurück fahren. Einfach nur noch bergab, dann müssen wir echt aufpassen, da nicht zu schnell zu fahren. Hier haben wir eine Fangstelle mitten in der Eindrücke. Warum auch nicht? Was ist das nicht so geil? Was ist das nicht so eine Menge Geld? Hätte man ja eigentlich mal gucken können, was man hier so zahlt. Achter, ich werde jetzt mal auf dem Puffer fragen, warum auch nicht. Aber da wirst du es nicht müssen. Und auch ich tun, wenn wir über das zu viel kommen, darauf habe ich nämlich gar keine Lust dieses Mal. So, ich glaube, wir sind jetzt rein theoretisch in, boah, wie heißt das, wo wir da angekommen sind? Ich hab' vergessen. Wir haben ein paar Karten. Ah, wie kann man hier den Weg anstellen? Völlig nicht. Wir sind jetzt auf dem Prachtmarkt oder so. Genau, jetzt sind wir in der Skobarkeit angekommen und fahren gleich auf nach Ungarn. Oh, jetzt geht alles wieder back up hier, sonst ist es zu schnell fahren hier. Nichts, dass wir da umkippen, muss ja nicht. Hier brauchen wir eigentlich nur Rollen. Krass. Trotzdem gut aufpacken. Wir fahren noch ein bisschen hier. Schon keiner kommt. So. Weiter geht's. Und jetzt sind die kmh, ein bisschen erlaubt. Die fahren wir drauf. Die fiehlt gerne hoch. Geil. Schau mal in die große Ansicht. Geil. Ja, hauptsächlich. Es ist halt so richtig heiß und hart. Geil. Aber für den Ausdruck waren die so 100€ echt. Das ist Wahnsinn wert. Aber geil, dass man hier einfach mal ein bisschen Gas geben kann. Das ist echt cool. Also echt cool, ja. Das ist ja so einfach. Das war scharf. Auf vorne müssen wir nicht mehr bremsen, weil die eigentlich nicht.. wir nicht fahren können. Weil die Wanderbrunnen die schneller fahren werden. so 80 wir müssen hier auf 20 runter gehen, wenn wir 80 fahren dürfen, ich wollte nur sagen, dass ich hier so lange dann fahren muss. LOD ist 80, auch wenn die im Bahnübergang ist. Ja jetzt nur noch 50, ne egal. Wann muss man jetzt warten? Ne egal, gut. Wollen wir schon ruhig fahren hier. Immer wieder ausprobieren, wie das aussehen, wenn das kommt. Kriegen wir auch noch ein. Aber nicht heute. Wir müssen hier einfach so ein bisschen weiter fahren. Hier über links. Wollen wir einfach an der Tür beziehen, wenn ich dann so. Wow, jetzt kann man bremsen hier. Ah, und wir sind wieder an einer Rosenampel. Die Namen jetzt. Das ist mit einem Bratzklau war. So Slowakei und so. Vielleicht waren wir nach Ungarn oder D. B. Vizelica. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Das ist extrem gut. Wie das exaktiviert, glaube ich, hier. Dann würde ich immer noch mal eine Strade, als wenn man ein bisschen höher ist, der von Waffen ergleitet wird, was ich nicht kann. Ich habe jetzt ein High-End-Denken hier stehen. Das ist nun keine Letzte bei jedem. Das reicht mir vollkommen. Das ist doch egal auf jeden Fall. Ey, das wäre doch echt cool, um mal alles in voller Grafik auf diesem B. den zu drin. Ich hoffe, ich wollte mal ein paar Stadtbilder. Das kann ich nun auf jeden Fall sehr gut machen. Aber naja, haben wir erstmal jetzt. Nach Bangladesch. Wir müssen ja auch relativ bald da sein. So, und da müssen wir recht. Machen wir das jetzt gerne. So. Weiter geht. Weiter geht. Weiter, weiter geht. Ja, keine Bekannten, sondern das ist cool an. Und hier geht's ja hier ein bisschen zu Bögeleien. Oder ja, die Bögeleien. So. Man kann auf jeden Fall sehr gut sehen. Dass man hier ein bisschen hoch geht. Und wieder runter geht. Und wieder hoch. Und wieder runter. Und hoch. Und wieder runter. Und freist sich hoch. Und dann langt man hier runter. Und wieder langer hoch. Und runter. All sowas, ne? Das wäre ne. Kleine. Firma. Die uns mal nicht zu kontrollieren hat. Da arbeiten wir nicht mit 60 Cent. Wir fahren nämlich zur Firma. Quadeu. Setz mal so. In Budapest. Ach so. 80. Ohne Überholen. Auf jeden Fall geht's gerade bergab. Und man will auch aufhören, dass wenn die umfallen. Das Ding kennen wir ja. So. Jetzt haben wir jetzt fast die ganze Gunde verloren. Definitiv. Das ist doch cool. Das ist ja cool. Das war ja gerade richtig cool. Ja, hier haben sie noch richtig schönes Zubürger reingebaut, auf der nicht klappt. Wow. Ich wäre da fast so lange auf der Flasche hingeliebt. Nee, aber hier fahre ich gerne. Das ist cool. Muss ich nur sagen. Wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass das alles ein voller Grafik wäre, das wäre ja noch viel geiler. So. Jetzt haben wir gleich eine nächste Stadt schon vorbei. Da kann ich mir jetzt schnell zählen. Ich dachte immer so wenig auf die Kulenz noch. Ja.